So Leute, willkommen zurück zu Majora's Mask. Hier in der Mühle ist ja zum Glück die Zeit nicht weitergegangen. Deswegen, äh, oh, wir haben schon 11 Uhr, das trifft sich sehr gut. Uff, uff, uff. Dann, äh, können wir nämlich direkt zur Hand gehen. Achso, dann muss ich ja hier... Da muss ich ja direkt zäh... Hier als Deko rein. Ich denke irgendwie gerade über die Bedeutung dieses Mondes nach. So ein bisschen. Mir ging gerade irgendwie durch den Kopf, wie... Wie ich am Anfang mich immer so voll über diesen Mond aufgeregt habe. Ich habe immer von überall aus, oh, der Mond. Und jetzt, ich habe ihn manchmal noch kurz im Bild gesehen und habe mich gesagt, oh, hallo Mond. Aber irgendwie, man ignoriert den so mit der Zeit. Ist euch das mal aufgefallen? So wie am Anfang immer so voll, oh, hier, der Mond. Und jetzt, jetzt lebt man einfach so damit irgendwie. Klar, der ist halt da, der gehört dazu, ne? Aber er fällt einem nicht mehr groß auf. Ich glaube, den Leuten in der Stadt hier, den... Die, die noch da sind, denen geht's vielleicht... Obwohl, ja, ist so eine Frage. Ich meine, der Mond ist ja noch nicht besonders lange da, oder? Ich weiß gar nicht. Ist der, ist der schon... Weil wenn er schon etwas länger so nahe ist, dann sind vielleicht manche wirklich das auch schon so gewohnt, so. Dass der da ist. Ich meine, man regt sich ja, wenn irgendwas Hässliches in der Nachbarschaft steht, wie zum Beispiel so ein riesiger Mond am Himmel, dann regt man sich ja auch nicht jeden Tag drüber auf, sondern irgendwann gewöhnt man sich einfach dran. Die Frage ist nur, ob die Leute hier die Zeit hatten, sich dran zu gewöhnen. So, da ist die Hand. Dann reden wir mal mit ihr. Papier, bitte! Da! Yeah! Zeigt sie einen Daumen nach oben? Ich sehe es nicht, wegen der grünen Magieleiste. Aber ich glaube schon. Boop! Ho! Du hast mich gerettet! Das ist hier reingeplumpst. Ich gebe es dir. Nice! Dankeschön, liebe Hand! Du hast irgendwem auch immer aus der Beringlis geholfen. Das wurde im Notizbuch vermerkt. So, kommt sie jetzt nochmal wieder? Oder ist sie jetzt glücklich? Nee, ist glücklich. Alles klar. Hand auf dem Klo ist glücklich. Gut, dann hätten wir das auch. Oh, da seht ihr mal wieder einen leeren C-Knopf. Das sieht mir auch nicht so häufig. Weil man kann ja nichts runterselektieren oder so. Gut, dann schaue ich mal auf meine schicke Liste. Das ist weg. Das ist weg. Das ist noch nicht weg. Kann ich aber nicht mehr machen, weil es schon zu spät ist. Das habe ich dann hinten angestellt. Das habe ich gerade gemacht. Das habe ich gemacht. Ah, okay. Das muss ich noch machen. Ich rede hier gerade so schön kryptisch, damit ihr euch die ganze Zeit fragt. Was hat der da auf seiner Liste stehen? Das habe ich tatsächlich alles schon in dieser Session hier gemacht. Nicht schlecht. So, okay. Aber dann haben wir die nächste Sache. Ah ja, und ich muss mal gucken. Das muss ich noch machen. Aber das verstehe ich irgendwie nicht, wie es gehen soll. Nämlich diese Kiste hier öffnen. Ich komme wohl an diese Kiste hier ran. Da ist jetzt auch nichts cooles drin und so. Nur Geld. Aber ich will da mal ran. Aber wie komme ich da hin? Ich verstehe es nicht. Irgendwie seitdem man ein Mensch ist, kommt man da offenbar hin. Aber ich kann ja mal versuchen, wo ich schon mal irgendwie hier bin. Dann kürzen wir das mal gerade ab. Ich komme hier auf diese Kiste hier drauf. Möp. No way. Nee, irgendwie nicht. Ich muss hier aber irgendwie hoch. Ich verstehe es nicht. Egal. Dann gehen wir jetzt erst mal auf jeden Fall ins Gebirge. Ins Bergsiedlung. Piki Bernier. Ich gehe mal zum Piki Bernier. Ja. Ja. Ich hoffe mal, ich muss hier jetzt nicht wieder so dumm rumrollen. Das kriege ich nämlich wieder nicht hin. Ach ja, wo ich hier immer raufgefahren bin und das Let's Play kurz vor dem Ende stand. Weil ich dachte, ich... Oh, ich habe einen Stein zerspuckt. Oh, ich habe einen Stein zerspuckt. Einen... 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 Einen Schneebrocken. Ja. Wo ich hier stand und dachte, ich muss hier raufkommen und es einfach nicht gerafft habe, dass es wirklich nicht geht. Aber naja, das Berggebiet hier war sowieso irgendwie so ein bisschen... Ein bisschen schwierig, fand ich. Also nicht schwierig vom Schwierigkeitsgrad her, sondern... Ja doch, vom Schwierigkeitsgrad her natürlich auch. Aber... Auch die Geschichte fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Einfach komisch irgendwie. So. Hier gibt es auf jeden Fall irgendwo ein Herzteil. Hat mir der gute Karufel erzählt. Und äh, ja. An Lani, es tut mir natürlich leid, dass ich nicht so ganz deinem Schema folge, wie man... Majora's Mask zu spielen hat. Oder generell ein Zelda zu spielen hat. Nämlich irgendwie... Ah, he he. Ich bin ein schlaues Kerlchen. Hier rutscht man auch noch drauf. Fies! Link, klick, klick, oh, blablabla. Okay. Ah, da ist das Herzteil. Ich seh's schon. Oh, Link, oh, Link. Tu's nicht. Das ist jetzt natürlich auch eine interessante Frage. Äh, was? Was war das denn? Voll fies. Okay, nein, hier weh ich nicht hin. Okay, irgendwas hab ich falsch gemacht. Und ich seh grad, dass ich eben ein wenig übersteuert hab. Verdammt. Ist aber auch schwierig hier mit meinem Mikro. Ja, wenn ich zehn Zuschauer oder so hätte, dann würde ich mir ja vielleicht mal ein richtiges Mikro besorgen, aber bei zwei Zuschauern mach ich das nicht. Äh, Leute, spendet mal. Nein, natürlich nicht. Vielleicht hab ich ja irgendwann mal eine Menge Geld und dann spiel ich weiter Zelda und dann... Dann hab ich auch, äh... Dann darf ich halt nur nicht bis dahin... Dann darf ich bis dahin kein anderes Zelda spielen. Mit einer Hand, wo er noch das Schwert in den anderen Fingern hat, hält Link sich an der Kante fest. So, die Frage ist nur, was soll denn das hier jetzt? Kann ich mir das irgendwie grabben, das Herzteil? Kann ich doch kein Herzteil grabben, oder? Ist noch etwas näher an die Kante hier ran. Oh, nein, jetzt seht ihr das Verpackte. Nooo! Wie komm ich da jetzt ran? Also, weil... einfach springen geht nicht, weil das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie was wäre, was man nicht sieht. Ach, schön, und ich steh wieder hier. Gefällt mir. Ähm... Ist hier vielleicht irgendwo anders noch was? Aber irgendwie nicht... Irgendwie von da hinten rauf oder so? Nee. Gibt es irgendwas, mit dem ich extrem weit springen kann? Also, mir wurde gesagt, ich kann das Herzteil hier bekommen, deswegen... Aber was sollte das sein? Ich mein, klar, die Häschenmaske irgendwie... Damit kann man schon etwas weiter springen, aber nicht so weit. ... Hm... Es gab noch irgendeine andere Maske mit dir. Ist man schneller gelaufen? Welche war das noch? War das nicht sogar hier die? Oh. Nee, mit der läuft man nicht schneller. Dann welche war das gewesen? Irgendeine von denen, die ich zuletzt bekommen habe. Vielleicht kann ich ja die jetzt... die Maske jetzt gebrauchen. Ich verstehe überhaupt nicht, wozu die Maske da sein soll. Hm... Dann muss ich mal mit der Häschenmaske versuchen. Wenn ich irgendwie echt nicht weiß... Guck mal, der Ding springt mit der Maske so weit, dass er hier... ...weit übers Ziel hinaus schießt. Aber... ...selbst mit Häschenmaske? No way, dass ich das darüber schaffe. Äh... Was? Wie soll das gehen? Jetzt mal ganz ehrlich. Da ist das Herzteil. Da ist der Weg dahin. Da ist nichts anderes sonst. Oh, warte mal, warte mal. Oh, ich seh's, ich seh's. Guck mal. Zelda wird blau. Und wenn Zelda blau wird... ...dann brauchen wir eine Vogelscheuche. Dann holen wir jetzt jetzt eine Vogelscheuche. Kann man nix machen. Da muss man sich eine Vogelscheuche holen. Kann man nix machen. Link steht im Nichts. Link steht im Nichts. Hat Häschenohren auf. Und spielt ein Lied. Ein tolles Bild. Ähm... Ähm... Ja... Ihr habt gar nix dazu geschrieben, ob das so okay ist, wie ich das jetzt mit dem Sidequesten mache. Dass ich mal immer wieder mal so schneide. Und dann... Dann mal wieder nicht. So... Aber ich weiß ja, wie das ist. Man schaut ein Video. Man wird im Video darum gebeten, um einen Kommentar gebeten. Aber man weiß ja noch nicht, ob man vielleicht was anderes schreiben will. Und dann schaut man das Video erst zu Ende. Und wenn man das Video zu Ende geschaut hat, hat man vergessen, dass man ja eigentlich einen Kommentar schreiben sollte. Deswegen habt ihr vermutlich keinen Kommentar geschrieben. Ich müsste euch am Ende des Videos daran erinnern, was ich eigentlich wollte. Und ich wäre schneller gewesen, wenn ich glaube ich außen rumgelaufen wäre. Egal. Ja... Auf jeden Fall... Ähm... Ja... Ich... Ja, mit der Häschenmaske... Flitzt man hier einfach durch. Ich habe hier schon alles freigeschaltet. Hier, der Ballon ist auch weg und so. Ja, dann kann ich auch noch den sinnlosen Quatsch ausprobieren, von dem mir erzählt wurde. So, hallo! Yeah, baby! Achso, ich will... Ich muss ja... Nein, ich will nicht. Ja, 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 du kennst ein Lied. Achso. Hier haben wir es. Nein, nein, Daddyo! Dieser Song geht mir nicht ins Blut, Baby! Was denn los? So... Geht auch schön schnell vorbei. So, alles klar. Danke, 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 danke. Hau ab! Man sieht die Spitzen von links... Hasenmaske... So, dann gehen wir hier grad schnell vor die Tür, um... ... uns weg zu porten. Natürlich. Ja, das hätte ich jetzt vielleicht auch noch schneiden sollen, aber... Garnessen. Das ist, äh, so persönliches Ermessen, wann man schneidet und wann nicht. Ich mach's manchmal. Ich will nicht zu viel schneiden. Zu wenig schneiden ist natürlich auch schlecht. Aber wenn ich mir das mal so anschaue, dann fehlen mir echt dann nur noch, ähm... Dann fehlen mir echt nur noch Minispiele ansonsten. Und zwar das Biberrennen und dieses Kackbogenschießen. Was so übelst crazy wird. Ich mein mal ganz ehrlich, wie soll man... Ach, ja. Also ich mein, ich hab's schon versucht, ne? Ich hab's schon ernsthaft versucht. Ich hab aufgenommen und hab, äh... Hab erst aufgehört, als mein Geld alle war. Und dann hab ich den Korone getroffen und dann... Ja, wisst ihr ja noch. Vielleicht. Und, äh... Meine Güte, er kriegt auch nicht den Speed. Ähm, ja, das war so ein bisschen... Deswegen, ich weiß, worüber ich rede. Er bekommt hier unten schon zu viel Geschwindigkeit. Ja, da kommen auch Erinnerungen an den Pikibärnjahr hoch. Das schlimmste... ...Stück in dem ganzen Spiel, auf jeden Fall. Ja, die Ocarina brauche ich natürlich auch. Das Korone kann man hier springen. Deswegen lässt man's lieber. Komm, nicht so ängstlich hier. Einfach springen, springen, springen. Geht doch. Genau, und jetzt... Ging schön schnell. Zack. So, da haben wir die Vogelscheuche. Läuft's. Also, ich als Link in der Position würde jetzt irgendwie... Mir wird schlecht werden, glaube ich. Ja, wenn du einfach in Nichts stehst... Unter dir... Ja, guck mal, da unten ist einfach gar nix. Nebel vielleicht. Das soll bestimmt Nebel sein. So. So. So, ist jetzt eine interessante Frage. Habe ich mir das Herzteil hier verdient? Vermute ich nicht. Ich hätte ja hier lang gehen und dieses Ding hier sehen müssen. Ja. Ja. Aber ich will ja schon 100% haben und... Ja, wie soll man's sonst machen? Ich hab's ja auch schon oft genug gesagt, wie... Vor allem in Maduro's Mask sehr wild. Das will mir nicht in den Kopf, wie man... Ich mein, wie crazy muss man da drauf sein, wenn man das... Ohne... Tipps... Selber auf 100% spielen will. Okay. Ähm, Moment. Ich muss erstmal überlegen, wo ich eigentlich hin will. Hm. Das habe ich... Das habe ich noch nicht. Mir fehlt tatsächlich noch das. Okay, das ist jetzt vielleicht sogar ein bisschen blödes Management, weil ich für den Part hier irgendwie gar nix mehr gerecht hab. Soll ich schon ins neue Gebiet gehen dann? Hm. Das habe ich eigentlich nicht vor. Eigentlich habe ich das... Ach so. Und jetzt sind wir ja schon wieder vorbei. Huch! Wo ist der Part geblieben? Vor allen Dingen, dann geht's im nächsten... In der nächsten Session... Geht's dann vermutlich wirklich dann ins neue Gebiet. Obwohl, nee. Hm. Obwohl... Das Biberrennen ist natürlich noch. Aber das kann ich vielleicht noch vorne dran machen. Aber das kann ich vielleicht noch vorne dran machen. Ich mache das alles nur mit Tipps von euch. Ja, das will ich nur mal dazu sagen. Ich bin jetzt keiner, der hier dann irgendwie sagt, ich schaue in die Komplettlösung. Direkt. Sondern ich will das erstmal auf die sanfte Tour haben. Nämlich halt einfach mit Leuten, die das schon kennen und... Und... Ja, die schauen dann selber in die Komplettlösung. Nein, natürlich nicht. Aber... Oder vielleicht doch. Ich weiß es ja nicht. Aber bei Tipps wird man ja auch... Ich meine... Karofel hat mir jetzt auch nicht gesagt, du musst da... In den Bergen musst du da hingehen und dann da brauchst du... Hol dir vorher die Vogelscheuche und dann... brauchst du Auge der Wahrheit und dann gehst du da rauf. Sondern er hat mir gesagt, in den Bergen gibt's noch ein Herzteil. Ich finde das ist eigentlich ein ganz... Guter Tipp. Vielleicht bekommt man ja auch irgendwann so... Irgendeine Statue oder so. Und da oben... Ich schaue in die Richtung... Ist ne Kiste. Irgendwie komm ich da hin, verdammt normal. Vielleicht von hier aus? Zu der Kiste da rauf und dann irgendwie... Ah, ich versuch das nochmal. Das steht nämlich auch noch auf meiner Liste. Das gehört einfach dazu. Das muss... Das muss gemacht werden. Achtung, Anjo! Kopf einziehen, Regenschirm einziehen. Ja gut, dann holen wir uns nochmal das Geld hier raus. Ich mag's ja nicht, dass ich unter 2000 Rubine gefallen bin. Da waren nur 20 drin, ja stimmt. Aber da ist jetzt ne blöde Holzwand, an der ich überhaupt nicht vorbeikomme. Auch nicht als Sora. Auch nicht als Sora. Da oben komm ich auch nicht hin, glaub ich. Da ist gar nix. Der Greifhaken verschwindet im Ausdach. Und an der Stahlkiste kann man natürlich auch nicht herangrabben. Hm. Wie soll man da raufkommen? Also auf jeden Fall kann man von der Seite da... Von der Seite da, wenn man dahinter lang geht, da kommt man auf jeden Fall rauf. Kann man sich an hier so ein Schild irgendwie... Da ist ja so ein... Guck mal, das ist ja eins von den Viechern da, als Schildfesthalter. Wie putzig! Ja, und ich müsste jetzt irgendwie hier rauf. Ich hab's schon versucht, ob ich irgendwie mich auf diese Kisten hier stellen kann und die da hinstellen einfach. Aber, wenn ihr mal guckt, das geht nicht. Man kommt nicht da drauf. Link rennt einfach nur dagegen. Da komm ich nicht rauf. Vielleicht muss ich tatsächlich von da oben dann da runter... Aber ich glaub, das geht auch nicht. Vielleicht mit der Häschenmaske. Oder man muss wieder mit den Jungs da spielen. Dann kriegt man nämlich einen Huhn, glaub ich. Und dann könnte man vielleicht darüber fliegen. Spring! Hat sogar gereicht. Gucken wir jetzt da hinten hin. Spring! Hat gereicht. Uh, da ist ja sogar hier so ein Basket. Und jetzt müsste ich irgendwie... Spring! Jawoll! Mit den Häschenohren geht's. Oder vielleicht mit dem Huhn auch. Und hier ist jetzt eine... Truhe mit... Wunderdruck. Läuft! Alles klar! Dann hab ich ja auch mal wieder genug überzogen für heute. So, aber ich will grad noch mal auf die Liste schauen. Ich hab das Biberrennen noch. Dieses Crazy Bogen schießen. Das Biberrennen... Gut, das wird ein Herzteil geben, glaub ich. So, wie ich's verstanden hab. Okay. Dann hab ich noch... Ähm... Den Goronen im Gasthaus, das hab ich auch noch. Den Deku, der wird aber mit dem neuen Gebiet zu tun haben, denk ich mal. So, das hab ich... Gut, dann... Das wollte ich, hatte ich auch noch vor. Okay. Ist aber auch nur so ne kleine Kleinigkeit. Die Kiste hab ich. Ja, den Fuchs finden, kein Plan. Echt gar kein Plan. Und die anderen Sachen... Hab ich auch schon alle. Okay. Dann sieht das ja eigentlich sehr gut aus. Ich weiß nur echt noch nicht, wie ich's jetzt mache. Vor allen Dingen, weil ich jetzt noch mal... Nächsten Montag tatsächlich, äh, noch mal eine Klausur schreibe. Und dafür natürlich lernen muss. Und für das neue Gebiet würde ich mir dann doch gern wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen. So wie bei dem Wassergebiet, beim Meeresgebiet. Ähm, dass ich da vielleicht auch dann... Keine Zeit verschwende und irgendwie dann zurückreisen muss und irgendwelchen Fortschritt verliere. Das hätte ich nicht so gerne. Von daher... Könnte es sein, dass dann noch mal eine Pause kommt. Und, ähm... Ja, da müssen wir aber noch mal gucken. Vor allem, wer müssen wir mal gucken, wie es jetzt überhaupt weitergeht mit dem Let's Play hier. Ähm... Aber... Ins neue Gebiet werde ich, denke ich, in nächster Zeit noch reinschnuppern. Jut. Dann aber mal danke fürs Zuschauen. Und, ähm... Im nächsten Part geht's aber, denke ich, noch mal ein ganz kleines bisschen hier mit den restlichen Sachen weiter. Und dann sind wir aber wirklich im neuen Gebiet. Alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sag... Tschüss! 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 Tschüss!